Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Pico-Maske und den Schlauch täglich und vor dem allerersten Gebrauch reinigen. Nehmen Sie die Maske zum Reinigen auseinander, indem Sie das Kopfband und die Schnelllösevorrichtung abnehmen und das Kissen vom Rahmen abziehen. Reinigen Sie Maske und Schlauchteile täglich per Handwäsche in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie für Ihre Pico-Maske keine Reinigungsmittel, die Bleichmittel, Alkohol, Weichmacher oder Pflegezusätze enthalten. Spülen Sie die Teile gründlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Sie müssen für den Gebrauch vollständig trocken sein. Das Kopfband sollte wöchentlich oder nach Bedarf per Handwäsche gereinigt werden. Legen Sie das Kopfband zum Trocknen aus oder hängen Sie es auf. Geben Sie es nicht in den Wäschetrockner. Prüfen Sie Maske und Schlauch regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Entsorgen und ersetzen Sie Teile bei Bedarf. Um die Maske wieder zusammenzusetzen, richten Sie die Größenmarkierung unten am Kissen an der Unterseite des Rahmens aus. Drücken Sie das Kissen in den Maskenrahmen, bis es hörbar einrastet. Um das Kopfband zu befestigen, halten Sie die oberen Bänder mit dem Scheitelband nach oben zeigend zusammen. Ziehen Sie die oberen Bänder durch den oberen Schlitz im Rahmen. Klappen Sie die Enden zurück und drücken Sie die Laschen in die Gurte. Befestigen Sie nun die Clips am Rahmen. Ziehen Sie die unteren Bänder durch die Schlitze der Clips. Wenn Sie die Clips nicht verwenden, ziehen Sie die unteren Bänder direkt durch den Rahmen. Zum Schluss drücken Sie vorsichtig das angeschrägte Ende der Schnelllösevorrichtung in die Maske, bis Sie es einrasten hören. Wenn die Pico-Maske korrekt zusammengesetzt ist, wird das Philips Respironics Logo an der Rückseite des Kopfbandes nach außen zeigen. Innovation & You – Philips Respironics